Ich hab's nicht zu spät gesehen Einen kompletten Sniper oben im Tower Aua, wer schießt auf mich? Ey Ey Friendly Wieso wird das mir gerade angezeigt, den Namen? Der Sniper ist down Mitte Jetzt müssen wir erstmal heilen, jetzt Ich hau das bisschen unter, ey Noch einen, zwei down Herzlich willkommen Leute zu einer Runde Arma 3 Capture the Flag Wir spielen 4 gegen 4 Und in meinem Team sind mit dabei Nancy aka Geekskirt Das ist so richtig, ja Tactical Viper Moin moin Und The Liquid Duck Quack quack, servus So, perfektes Timing Es geht nämlich direkt los Wir spielen gegen Anonymus, Ralfinger, Krizator und Paddy Smile Ja Capture the Flag Das ist mal was Neues Arma 3 Bin sehr gespannt jetzt auf das Ganze Habt ihr viel Arma gespielt? Also bei Nancy weiß es ja Viper und Liquid Für unser Flashpoint dabei, ja Letzte Zeit nicht mehr so viel Aber das sollte schon klappen, ja Das heißt hier haben wir jetzt ein gutes Team Ding bei hinten, ja Boah, wir sind die Deutschen, oder? Ich weiß gar nicht, was wir sind Ich weiß es auch nicht Wir haben es ja gerade gewechselt Aber sieht so aus, ja Jetzt ist es eigentlich, dass wir den Container am besten irgendwie Okay, also Leute Da ist ja hier auf Zeit gehen Sucht am besten schnell die Waffe aus Ich glaube nämlich, dass das hier nicht mit berechnet wurde Dass man sich am Anfang ja noch die Waffe aussuchen kann Ich glaube, man kann nämlich direkt losrennen, genau Deswegen Macht mal echt schön Ja, rennen wir los Ich muss wahrscheinlich ein bisschen noch draufhauen So, welche Waffe habt ihr genommen? Ich nehme die MK200 Ich glaube die MK Mk20 Weil ich die ganz cool finde Ich glaube die MK18 mit Schalldämpfer und Dichtigen Ich habe hier einfach Heavy Gun genommen Heavy Gun, ja Wie machen wir das denn? Soll ich verteidige? Ist das okay? Dass ich so ein bisschen erstmal in der Defense stehe? Ich denke, es könnte schwierig werden, wenn jemand versucht, die Flagge zu holen Und dann sozusagen mit dem Rücken zu den anderen Städten wegrennt Das heißt, dann müssten immer Leute dabei sein, die den sozusagen beschützen Ähm Ja, aber wir wissen ja Aber ich finde schon, dass vielleicht Weil wenn er jetzt die Flagge kriegt Wir sind ja nur zu viert Es kann ja locker durch die ganze Map kommen, ohne von irgendeinem von uns gesehen zu werden Ja, das stimmt Das wäre ja auch möglich Wir müssten aber wenigstens vor dem Container Ähm Wenigstens einer oder zwei in der Nähe von dem Container sein, oder? Ich bin jetzt gerade mal kurz in der Verteidigung Euch sehe ich ja am gelben Punkt unter den Füßen Genau Warte mal Namen anzeigen Mir kommen Schritte Okay Die Interessenten Okay, Ende Versuch, ich bin hinter dir genau, ne? Ja, ne, ist Liquid Duck, glaube ich gewesen, ja 15 Meter Ne, jetzt bin ich hier Okay, Counter-Strike, wo man auch die Schritte zuglänzen kann Wie war das? Wir sollen schnell die Granaten werfen Ja, ich schmeiß meine auch mal in die Mitte Ja Ich brauch's gut Glück Ah, schade eigentlich Er wird geschossen Ja, sorry Okay, jetzt waren jetzt drei Granaten, wir haben aber nur zwei geworfen Oh, kann sein, dass bei mir gerade eine Granate ankommt von mir Ich konnte nur eine werfen Ja, du hast die Namen anzeigen lassen Ja, aber jetzt musst du ja alle paar Minuten neu machen wieder Oh, geschossen Ach, warst du, okay Kann sein, dass hier links jemand war, von uns aus gesehen Ich bin, wenn du sicher hast, dass jemanden gesehen habt Weil ich das sehe, kann ich rechts Ich weiß nicht, wie entfernt euch Combat-Move im Griff ist, bei Arma Ja, das ist ein taktisches Manöver, meinst du? Naja, diese taktischen Bewegungen, dass du die Deckung so machen kannst Hab einen gesehen, ihr seht meinen Namen, ne, von der Distanz her Ja Ja Ich hab grad nen Teamkill gemacht und ich bin grad hinter einem Also ich versuche mich anzusteigen, bin jetzt schon in der Mitte auf der Map Hab einen Okay, zwei down, linke Seite ist komplett frei Gut, ich komm von links Ich bin auch down, linke Seite kommt jetzt noch einer Gut, ich bin bereit Ab, lol Hab sich getötet, keine Sache Ja Okay, ich hab hier noch jemanden gesehen in der Mitte Mitte, Mitte zu links Ja, ich hatte auch grad nen Namen anzeigen lassen, glaube ich Aber wir haben drei jetzt von denen gekillt, gerade, ne? Ja Okay, das ist ja schon mal zeitlich, ist das ja so für uns ganz gut Ich glaub ich hab ihn geregst Ihr seid ja schon ein Stück schon vor Ich bin schon fast in der Nähe von meinem Container Vom Container, deswegen Wir müssen jetzt mal ganz kurz einschätzen, die Map ist sehr groß für 4 gegen 4 Ja Achtung, Dano Achtung, Dano Wann was bei mir? Warte, warte mal Ich bin am Container Oh Gott Links müsste jemand sein, eventuell, ne? Wollen wir mal was versuchen Ich sehe eh auf Zeit Ähm, schön, schön Verteidigt einfach mal alle Also und ich versuche einfach mal durchzuhaben Die Map ist viel zu groß Also die Map ist sehr groß Ach, die ist scheiße groß Ich versuche einfach auch mal links jetzt irgendwie so Bisschen vorzuhören Ich mein, wenn du nur stirbt Ich fahre mindestens 2 in der Defense bleiben Naja, das wird auch so Ja, vielleicht hätte ein zweifach Visier Also einmal mit einem Leuchtpunkt Einmal mit einem ACR Gehst du manchmal euch? Ein Harnvisier, das ist echt gut Ja, wir können ja nicht eigentlich auch oft Hinter dem Container ist so ein Turm Man kann immer da drauf, ja, ne? Kann man ja, aber Wir sind schon sehr nahe dran bei uns an der Base Okay, Hassin Weil der würde ich gerne drauf gehen Ja, schön hab ich Aber ich bin irgendwie verhundert oder so Sehr gut Ich glaube, die Waffe ist gar nicht so wichtig in dem Spielmodus Du hältst wirklich nichts aus Okay, ich bin hinter euch auch schon rum Ja, du wuschst oder so Und du bist tot Genau Deswegen ist meine Waffe eigentlich gar nicht so nötig Und auf jeden Fall das Scope wieder runternehmen Das brauchst du hier gar nicht Ich hab ein zweiteiliges Visier Ich kann ja umschalten He Leute Hab ich auch Aber er zieht ja dann länger Ich bin jetzt in der Mitte von euch 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 Boah, was war das? Ja, ist von euch Linke Seite, Kvisat, was ist da? Linke Seite, ne? Ich hab nur gesehen Ich seh den vom Turm aus Also ich sah ihn vom Turm aus Muss man diese... Ja, ist jetzt in Richtung Mitte Okay Boah, still, wo sind die hier? Äh, Dalu, da müsste links von dir sein Ich bin im Hauptgebäude... Ich bin im Mittelgebäude drin Ich bin fast Gegner-Base Ja, die haben mich auf jeden Fall schon gespottet Aber ich bin tot Alles klar Visator hat's geschafft Da muss irgendwo in der Mitte sein Ja, ich bin dran Ja, ich bin hinter Dalu Guck, ob jemand kommt Moment Also der Turm definitiv nicht schlechter Spot Ja, ich seh ihn Ah, keine Ahnung geworfen Ich bin, äh, jetzt fast an dem gegnerischen Dingens dran Ihr seid das, glaub ich, bei uns in der Flacke, ja Okay Ich war jetzt von hinten wahrscheinlich Ich seh bei denen grad keinen Haben Okay, ich bleib jetzt in der Nähe von dem Okay, ich hab zwei gekillt Habt ihr den Backpack wieder? Der liegt nur im Lager drinnen Bei uns Oh, aber einer aufgehoben Den müssen wir wieder aufnehmen, glaub ich, ne? Ihr müsst einmal drüber laufen Hab ich schon, lol Okay Ich bin drüber gelaufen Hat nichts passiert Keine Ahnung Der Park Ja, die Also einer ist auf jeden Fall in den Container gegangen Ja Okay Weil ich wollte gerade schießen Dann wurde ich von hinten erschossen Also nicht immer aus dem Container Also ich bin über den Rucksack gelaufen Ist aber nichts passiert Ja, müsst ihr den wahrscheinlich aufheben Ja, ich hab unseren Rucksack wieder Kannst du, kannst du mal versuchen zu picken? Guck, ob ich den aufheben kann Muss der aber jetzt rechts noch jemand sein Hab noch einen gekillt, ah scheiße Nein! Entschuldigung, ich wollte auch auf ihn schießen Ich hab auf denselben gezählt wie du Kein Ding Äh, hast du nen Rucksack gepickt schon? Ne, ich war kurz vorm Rucksack Oh, ihr müsst, Leute, beeilt euch bitte kurz Ich hab nämlich den Gegner bestimmt rucksack Ja, scheiße Beide Rucksäcke liegen da jetzt auf einem Fleck Dalo, sorry Oh nein, das machst du Wir hätten es fast gehabt Ja, sorry Das ist bisschen verwirrend Wenn man so nah beieinander steht Sieht man den gelben Punkt nicht Da sind beide Rucksäcke auf einem Fleck jetzt Ja, warte, warte Ich hol den, äh Lass den ja nicht Ian aufheben Weil dann ist er direkt in der Base Ja, den hab ich Soll ich jetzt Soll, damit führen wir Sehr schön Ich geh mal auf Info Und da steht hier 1-0, sehr schön Da hat er mir den Punkt geklaut, weißt du Eiskalt hat er mich erschossen Bevor ich abgeben konnte Sind die schon bei uns dran? Ne, war mitte gerade Die waren mitte, ja Ich geh mal rechts lang jetzt Warte, noch einer mitte Ich geh links Noch einer, okay Machen wir wieder 2-2 2-2 defensiv, 2 offensiv, weil Warte mal, einer kommt von rechts Ah, ich bin tot Ich bin tot Ne, Anna ist von rechts Einer mitte, direkt Ja, einer ist oben auf dem Turm Rechts Und müsste Anna sein Und zwar auf dem grünen, der rechts ist Die stand rechts unten, als sie mich eben gekillt hat Ja, ja Und ich hab sie gerade noch gesehen Aber ich konnte nicht schießen Trotzdem langsam Äh Die ist jetzt hinterm Turm Ne Die haben einen Nachteil Ich muss re-noten schnell Die greifen mit 4 Leuten an Das heißt, wenn alle einmal sterben Einer ist rechts Einer ist rechts Kannst du komplett durchrennen Haben Hab sie Also ihr seid wieder alle Ich geh wieder in die Offensive Ich bin gleich wieder drüben Jo, ich guck wieder rechts Zinke Seite jetzt komplett Ja Ja Ich bleib mal bis sie so mitte Und ähm Wie viele sind da tot? Einer mitte, eine mitte, einer mitte Nancy's down Noch süß Zu spät gesehen Einen kompletten Sniper oben in den Tower Aua, wer schießt auf mich? Ach sorry Ey, ey, friendly Loh, 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 wieso wird das mir gerade angezeigt, die Namen? Der Sniper ist down Mitte Jetzt muss ich mich erstmal heilen, das Ich hau das bisschen unter, ey Noch ein Zwei down Nur noch jemand mitte, oder? Äh, der Ralflinger Ja, Ralflinger ist tot Haben ihn gekillt, haben ihn gekillt Jetzt mach ich mal kurz ein bisschen schnell Ich picke den Rucksack, aber geh nicht raus Wer schießt? Ferdi ist auch tot Ich Das heißt, es spawnen jetzt alle neu, richtig? Das heißt, alle vier sind jetzt vorne bei mir Sind jetzt alle bei dir, ich rück schnell auf Theoretisch ja Und ich bleib aber trotzdem hinten bei unserem Ich versuch zumindest schnell aufzurücken Nicht schlecht Die hat einfach die Nate an den Raum geworfen War nicht so schlecht Guter, was ist da los? Ich glaube ich unterschätze die Respawn Time Ich glaube ich hätte auch locker rennen können Ja, sind doch fünf Sekunden, ne? Ja, die Nate Ja, aber du musst auch noch aus der Base rausrennen Ja, klar Das ist auch ein paar Meter Okay, von links kommt jemand? Einer zumindest Links bin ich Ja, ich hab auch jemand mitte gesehen In der Nähe von dem weißen Gebäude, was in der Mitte steht Und zwar links von dem Gebäude Ja genau, den hab ich auch gesehen Ich geh wieder linke Flanke Die haben eine Sniper grad gehalten, also ne richtige Was halt äh Ich mein, ist ne links oder was? Hab ein Hab ein Noch ein Irgendjemand Geht mal weiter Leute Irgendwas hat auf mich geschossen auf jeden Fall Ich sehs auch nicht Wer deckt rechts? Hab noch ein Ich hab den Backpack Ganz links, okay Ich muss den hinterbringen, kann das sein? Hab ich, hab ich, hab ich Ja, äh, der ist zu Dalu gerannt Nee, das bin ich, das bin ich, bin ich Ja, nein, da war noch einer Ja, der kam wieder gespawnt Ach Mist, das ist die Punkte im Nacken Kann ich nicht mehr angezeigt werden, das nervig Okay, er hat übrigens jemand verpeilt Ander ist an euch vorbeigelaufen Die standen nicht schlimm auf Weisung heute Ähm, wer kann jetzt mal links aufpassen? Ich bin links grade Kann man das Inventar Oh, scheiße, von rechts Oh, pass auf In der Base ist eine Granate Äh, kann man das Inventar öffnen? Ähm, weiß ich gar nicht Sonst würd ich sagen, wir legen die Mütze ab Kann man, ja Welche Taste? Aber du kannst die Mütze nicht abziehen Ach Mist, schade Warum mit dem Inventar? Geht das nicht? Ne, bei mir nicht, war ausgegraut Welche Taste ist das Inventar? Hier Du könntest höchstens deine Klamotten komplett ausziehen Das können wir machen Du hast eh keine Rüstung Aber kannst du auch nicht, ist auch ausgegraut Ralf, ihr könnt event von rechts kommen Ja, ich wollt's grad noch sagen Ralf könnte immer noch von rechts kommen Deswegen renne ich hier grade wie eine wilde Ritten Rechts und links Weil ich nicht weiß, ob er in der Mitte kommt Oder rechts Hatte er nicht am Anfang irgendwas von der Mütze erzählt? War der Mitte, Mitte Kontakt Äh, links vom weißen Gebäude Äh, Tactical, da müsste bei dir auch irgendwie kommen Ne, ich bin grad in der Raum drin Von rechts ist grad jemand in Richtung Äh, nach Mitte gelaufen Ich hab's einfach mal an der Nate geworfen Ganz links außen Ja Ja Noch links neben dir Noch weiter links außen jetzt Ja, ich stehe um das Feuer Ganz, ganz links Ja, auf den warte er Ich seh ihn halt nicht Kann er nicht helfen grade Irgendjemand schießt er mich Oh Gott Okay, das war einer Äh Weiß nicht wo ich die Sorte Ich warte immer noch auf äh Vipers Also ob Viper ihn kehrt oder andersrum Boah scheiße aus der Trehung Ich helfe die Weiber Rechts? Rechts? Ja Mitte rechts Ich hab ihn Weiber Der ist noch einer Der lebt noch Oh Oh Wie kann der denn noch leben? Der hat doch Panzer an Epische Ruhe Ja Jetzt hab ich ihn Oh, hindert ihr uns auch einer? Ja, aber Ralf müsste irgendwo rechts sein Komm doch nicht mehr raus Christus noch hin ihn zu verteidigen Ich renne einfach vorbei Denn jeder der bei uns In der Seite lebt Einmal zu oben auf dem weißen Gebäude Direkt oben drauf Ist tot Du war Ralf Alles klar Ich bin jetzt wieder drüben Aber ich muss abwarten Weil jetzt wieder alle hier sind Wichtig Eine Barrikade hinten Müssten alle wieder da sein Ja So ziemlich zumindest Ich muss wieder abwarten Versuch dir noch eben zu helfen Hast du ihn? Ja Ich weiß nicht ob er derjenige war Ne ne Wir sind alle wieder in der Base Ja Das heißt ich camp jetzt wieder hier Ich bin direkt äh Vorne Am Wenn wir jetzt alle vier töten können Also ich seh den Rucksack Bitte nicht schießen Ich bin relativ weit links An Steinziegeln Also an Darf ich erschrecken? Ich bin hinter dir Achtung ich bin hier Dann nicht raus Ich hab Kontakt in der Mitte Okay Das war's nicht Ich wär mir jetzt auf jeden Fall Ein Zimmer verholen Hab ich ihn? Ne Ah doch du hast ihn ja Sehr schön Ich brauch ein anderes Messier Das geht so nicht Ich komm mal zu euch rüber Oh Siehst du was? Ne Ich näher mich dem Rucksack Mitte Sozusagen hinter euch Müsste jemand sein Hab ich nur eine Net geworfen Ach Einen hab ich noch Aber da hat mich jemand gekillt Okay Zwei sind jetzt gerade tot In dem Moment Ralf ist auf jeden Fall wieder respawnt Die Mitte nach rechts rüber Und ja keine Ahnung Keine Ahnung Das war schwierig Wenn wir scoreboard müssen wir sie trappen Okay ich komm wieder raus aus der Base Die müssen zu uns kommen Die müssen zu uns kommen Wir müssen die auf unserer Seite töten Damit wir mehr Zeit haben So kämpfen wir gegen den Respawn an Ja das stimmt Ich hab mir jetzt ein DMS geholt Weil mit dem DMS kann ich wenigstens so unter Entfernung noch ordentlich schießen Okay Mitte Mitte rechts Ist jemand Mitte rechts okay Wie weit? Richtung Richtung Ist hinteres Hinterbereich weißes Gebäude Hinterbereich weißes Gebäude Okay Von dir aus Ist das wohl Ja der ist weiter vorgekriegt Ich seh nicht mehr Der ist auf der anderen Seite von dem Gebäude einfach Liquid Ich komm grad wieder in Richtung zu unserer Base einfach Jaja ich hab's gesehen Weil es kamen mehrere wieder nachgespawnt Jetzt ist gerade keiner gestorben Warte eines bitte durch Ralf was killed Okay einer tot Ich bin so froh dass ich das bis hier genommen hab Es sauer ist hier Was für ein Visier habt ihr denn? Also ich hab ein DMS geholt Weil ich dann nach und fernkampf machen kann Deswegen noch einer bitte Okay das bin ich Das bin ich Ihr habt grad Ralf gekillt Ich hab den Rucksack Nice Okay ich rück vor und guck Ob ich dich beschütze mich an irgendwie Ich komm von euch rechts Ja Er wusstet ihn Granaten hinter mir Das ist eigentlich ein gutes Zeichen Jetzt wenn jemand vor dich Ja das bin ich Das bin ich Alles klar ich lauf trotzdem am Rand Ja ich guck hier Echt? Wenn es keiner kommt Petty is off kill Ja Ich bin eh Linke Flanke Oh ich bin tot Liegen hinter uns Die waren hinter uns Zwei Leute hab ich da gesehen Einen Schuss musst du ihn erledigen Grisato hat mich gekillt Hab noch einen Zwei Leute Sehr schön sehr schön Dann müsstest du jetzt freie Bahn haben Ne das war Ralf, Anne, Grisato Wer ist der letzte? Ne Ralf lebt noch Ralf lebt noch Ja den hab ich aber gekillt Als ich den Rucksack geholt habe Achso okay Wer ist denn der mit dem Rucksack Ich Ich score gerade Sehr schön Pass aus Von links wird wo jemand kommen Der Petty kommt da Der ist aber schwer angeschlagen Ich hab Petty noch nicht gesichtet deswegen Der ist oben auf dem Turm drauf Auf dem grünen Gebäude durch die Steine durch Ja man hört ihn Warte ich lauf vor Ich hab das Scheiß bis hier Ich werde mir jetzt ab Weiß der hat mich erwischt Warte mal Ich muss schnell nachladen Ja ja Guck nur der Kopf raus Kann man Messern? Naja würden Glaube nicht mehr Auf Wiedersehen Petty Sehr schön Tot? Och man ich war gerade auf dem Lichterhof Wollt ihn umhauen Wollt ihn umhauen Wollt ihn niederstrecken und fesseln Wollt ihn rechts außen Leute Wollt ihn rechts außen immer noch Wollt ihn rechts außen Oh jetzt nicht mehr Okay Nice Was war das für ne Waffe? Ich hab's gerade auch gedacht Die war aber ganz nah bei mir deswegen Ja ich hab gesagt rechts außen Ich bin aber ganz links Oh Vielleicht hat er ja ne links gar nicht Rechts aber links von dem grünen Turm Penny down Rechts und links vom Turm okay Ihr seht rechts den grünen Turm Links davon liegt der an der Wand Ich hab ne gesehen Jemand geht zu dem Turm rechts außen Ich hab den Rucksack Sehr schön Sehr gut Die sind immer zu weit Schade Die sind immer zu weit vorne Die liegen ja meistens wenn wir im Rucksack zurück haben Eher auf unserer Seite Das ist ja eigentlich ganz gut Weil wir können es ja dann auskämen Alle die bei uns auf der Seite sterben Sind ja gar keine Gefahr mehr Für den Flaggenträger Weil der kannst ja locker durch rennen Ja richtig Das ist ja Turm rechts außen Ich weiß aber nicht wer da drauf ist Ist eigentlich ganz gut die auf unserer Seite zu sammeln Oh lol bei mir schlagen ohne Ende Ja das ist auf dem Turm rechts außen Ich hab mal was für den Ich hab da mal was vorbereitet So Da ist noch einer So Nein da rennt gar Da sind alle tot Ich hab alle erschossen Ja ja kein Problem Doch was doch End Ich hab ihn nicht mehr gesehen auf dem Turm Ich musste nachzahlen Boah Ich wollte ja du wärst eher tot gewesen Ja ich wusste doch dass du da lang kommst Aber man erschrickt einfach trotzdem Oh Leute Rüppere ich mich gegenseitig um Scheiße Alle gegenseitig umbringen hier Ne wir haben die Gegend Wir haben es noch gelassen Mädels Ich hab schon angesetzt Was Okay jetzt müssen wir uns rüberschleichen Alle töten Und erst dann den Rucksack nehmen Weil sonst schaffst du es halt wieder nicht Soll ich hinten bleiben Und weiter unseren Rucksack decken Ja auf jeden Fall mal schauen ob jemand sich versucht Trotzdem durchzuschleigen zu uns Das ist ja wichtig Weil wir haben es ja gerade eben auch schon wieder geschafft Deswegen Halt schon Okay ich bin jetzt relativ weit vorne Ich bleib mit dabei Ich auch Mich auch Ich bin linke Flanke Warte mal Links außen habe ich hier Kontakt Ähm Ich bin durch Ich bin zu weit vorne glaube ich Weil ich kann nochmal zurückkommen Warte Im Sniper-Turm seh ich nix Auch nicht Links außen immer noch Der ist ziemlich nah an mir dran mittlerweile Schmeckt ne Nate Okay Dwei Leute links Ähm Und zwar parallel zu unserem Parallel zu unserem Rucksack Alles klar Ja okay was auch was machen wir jetzt Komme ich komme Ich geh angreifen Ich geh rein Ich geh rein Ich hab dich nen Blick Jo einen seh ich aber Na fah Er steht direkt drin Er ist hier aber ich hab ihn glaube ich oder? Nein ich hab ihn nicht Doch wir haben uns gegenseitig gekillt Okay Okay Du musst aber erst Ralf aufhalten Ich glaub das ist wichtiger als den Rucksack zu holen Okay Ich weiß nicht wo der ist Kann aber sein dass der durch ist oder? Ne er hat gerade erst aufgehoben Das heißt es geht jetzt erst los Also er rennt gerade rüber Deswegen schau dass er Dass du ihn killst wenn er abgeben will Weißt du du bist ja momentan eh sicher Du kannst ihn ja abballern wenn er in den Raum rein möchte In der Zeit rücken wir nach Hab Ralf Hab Ralf Hab Ralf Perfekt kommst du an den Rucksack dran oder ist das zu gefährlich? Nein Hinter mir sind noch Leute Zwei Stück sind bei uns in der Base Oh ich hab Anne noch geholt Okay da ist keiner mehr Heb auf Weil die anderen beiden sind bei uns Ich kann nicht ich bin langsam Ich muss mich heilen Du kannst du dich heilen? Ja ja Du hast der erste Hilfe Kate dabei also über die Mod halt Beschossen Okay In die Flanke Kannst du den Rucksack noch sehen? Ja 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 Aber Ralf und Anne werden jetzt ja wieder spawnen Softalo hier ist jemand Jo ich hab ihn geholt Perfekt Boah zum Glück ey grad nen Nate gekommen Der Backpacker ist bin tanken Bei Krizat oh den können wir doch wohl töten Er rennt ab Mitte durch Sehr schön Kommt einer dran Ich renne hin Ich renne hin Nein ich kann aber Ich kann nicht beschützen von hier aus Ich hab mich extra für den scheiß Turm jetzt gestellt Alles klar Ralf ist dort Kannst du aufheben Liquid? Oh fuck Ich weiß ich war am Nachladen Weißt du wo er war? Lauf hin Ich weiß nicht wo Chris hat aber ich bin eh tot Hab ich gekillt und dann kam Perdi als ich nachladen war Jo Wir haben gewonnen Wow Super Der Part lief doch ganz gut für uns würde ich sagen Ja Hat auf jeden Fall Spaß gemacht Ich freu mich auf die nächste Map Ich hoffe die Teams bleiben so Oh ja Wär gut Schaut auch auf jeden Fall mal bei den anderen Leuten hier vorbei Sind alle Links in der Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut Ciao Tschüss 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 Vielen Dank.